Um einen standardmäßigen Palsteg zu knoten, halte das befestigte Ende des Seils in der linken Hand und das freie Ende in deiner rechten. Mache eine kleine Schlaufe mit dem freien Ende über das Seil laufend. Dann ziehe das freie Ende von unten durch die Schlaufe, die du eben gemacht hast. Wenn das freie Ende durch die Schlaufe gezogen ist, führe es hinter dem festen Ende herum und führe es von oben nach unten zurück durch die Schlaufe. Ziehe an beiden Enden des Seils, um es zu sichern. Fertig ist dein Palsteg.